Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spinter Cell Blacklist. Ja, wir waren... Äh, ne, wir waren doch... Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben. Der Rechner ist ja voll abgeschmiert. Ich weiß echt nicht, was hier los war. Ach, hier sind schon wieder die Ratten. Unglaublich. So, wir laden erstmal ein bisschen nach. Zehn Schuss? Hä? Warum haben wir denn nur zehn Schuss? Ich hab gedacht, wir haben elf. Na, egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt in die alte Polizeistation eindringen. Und gucken, dass wir Andrew Coben finden. Oh, Kacke. Da kommen... Da kommen da ein paar Leute. Wir verwenden Haftgeräusche mit, um Wachen und andere Gegner... Äh, was vorzulocken. Okay. Scheiße! Nein, 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 nein. Ich bin nicht da. Das war keine gute Idee. Den müssen wir jetzt da wegkriegen. Warte mal. Ich muss mal eben gucken. Ah, ne, da fällt der Knopf. So, wir machen erstmal auf nicht tödlich. Wo haben wir die Dinger? Haftkamera? Ne, 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 ne. Genau. So, wir können, glaube ich, mit... Überzielen... Schieß... Äh, die Dinger werfen. Klettern? Ne, 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 ne. LB. So, LB. Haftgeräusche mit der... Ja, warte mal. Wie können wir den denn auslösen? Wie kann man den denn auslösen? Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Geh weg, Alter. Oh, schnell weg hier. Hat keiner gesehen. Gut. Dann schalten wir den aus. Da kommt direkt der Nächste. Ja, warte, warte. Komm rüber, komm rüber. Schirm ruhig. So, jetzt müssen wir gucken. Die Körper wegräumen. Achso, wir müssen... Ja, ich... Ich vertum mich da immer. Ich drücke... Ich halte nicht X gedrückt, sondern... Scheiße, scheiße, scheiße. Der Kötter hat was mitbekommen. Okay, wir nehmen die andere Waffe. Wo ist der Hund? Der schnüffelt irgendwo hier rum. Hundchen. Hundchen, 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 Hundchen. So, ich gucke mal mich eben um. Ich glaube, da oben könnte jemand sein. Oder? Wir klettern einfach mal hier hoch. Ah, da ist der Hund. So, eben gucken. Wo ist jemand anders? Hier ist sonst keiner. Verdammt, ich kann den Hund nicht sehen. So ein Mist. Hahaha. Ja, ich will den Hund unbedingt haben. Warte mal, wir gehen doch mal runter. Schön leise. Der steht da. Dich kriegen wir, Hundchen. So. Hund ist ausgeschaltet. Nachladen. Okay, dann können wir direkt mal weitergehen. Das da vorne scheint die alte Polizeistation zu sein. Da müssen wir wahrscheinlich rüber. So, wollen wir mal gucken. Wir könnten hier direkt... Ah, ich will... Den direkten Weg will ich jetzt nicht nehmen. So, schnell hier rüber. Nein, nein, nein. Ich bin nicht da. Ist da hinten jemand? Ich habe ja irgendwelche Schritte gehört. So, ich wollte diesmal ein bisschen... Ah, guck mal, das ist doch perfekt. Da können wir direkt ein bisschen leiser vorgehen. Äh, hallo? Na gut. Dann machen wir es einfach so. Ist egal. Wir könnten auch da hinten her durch. Das muss ich mir mal eben angucken. Ach so, ja, ja. Ja, okay. Da sollen wir dann nicht her. Der hat irgendwann... Komm mal her. Ja, ja. Was ist das denn? Ach so, der Baum da hinten. Ach so, der Baum da hinten. Okay, wir sind drin. Oh, ich habe da irgendwo noch... Ah, guck mal, da sind eins. Nein, ich wollte ja einen anderen markieren. Alter. Warte mal, da will ich... Oh, wir kommen da nicht rüber. Ich bin zu weit weg. Verdammt, wo ist der andere hin? Ach, der ist direkt dahinter. Da oben blitzt es. Hallo? Oh, ach, der kommt hier rüber. Perfekt. Verdammt, jetzt habe ich den anderen nicht gekriegt. Ja, komm, nur... Okay, nachladen. Jetzt haben wir elf Schuss. Das verstehe ich jetzt nicht. Vorher waren es nur zehn, die wir nachladen konnten. Oh, ja. Ich mache mal ein paar Spielereien. La, la, la. Verdammt. Jetzt geht er nicht wieder weg, Alter. So, ich habe schon wieder einen Hund bellen gehört. Oh, nee. Was mach ich? Scheiße. Wo ist der andere? Der ist da hinten rüber. So, wir versuchen einfach mal ganz... Stille... Oh, Kacke. Da ist ja noch einer. Verdammte Kacke. Oh Mann, der steht jetzt... Der liegt jetzt hier ganz doof, ne? Ganz doof, ey. Wo sind die anderen? Da hinten ist der andere. Da der. Zwei Stück. Rüber zum Auto. Wollen wir mal gucken, dass wir hier schön leise an dem vorbeikommen. Uh, la, 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 la. Warte mal. Ich würde die gerne ausschalten. Dann gehen wir einfach mal näher dran. Scheiße, ich komme nicht an... Jetzt! So, die werden wir los. Puh, lautloser Killer. Cool, jetzt haben wir direkt Punkte dafür gekriegt. Das ist super. Was? Nee. Zenfischer macht keine Rolle. Schade. Jetzt wüsste ich aber gern, wie setzt man... Die... Ach so, die ist automat... Die läuft... Ach so. Automatisch. Okay. Da oben ist ein Generator. Kommen wir hier rein? Hier unten rein? Wahrscheinlich müssen wir unten rein. Dann müssen wir uns mal angucken. Neun Meter sind wir entfernt. Ah, müssen wir wieder... Ah, da ist eine Tür. So, wir gucken mal unten drunter. Ich will unter die Tür gucken. Geht nicht. Warte mal, bevor wir jetzt da reingehen. So, da war der Haftmeter. Haftkamera. Oh, die will ich auch nochmal ausprobieren. Macht sich Gerät. Ja, das machen wir dann. Irgendwann werden wir die Gelegenheit dazu kriegen. Okay. So, mach die Tür wieder zu. Plöp. Und weiter. Sam, wie lautet dein Status? Ich bin drin und überprüfe, ob ich verfolgt wurde. Na an, wo Kobins sein könnte? Vermutlich im gesicherten Verhörraum. Oberste Etage, Südseite. Bricks, abrücken. Hol den Transporter und komm zur Abholzone. Verstanden. Ich gehe rein. Okay. So. Gucken wir uns mal um. Alter Schwede, hier könnte aber echt mal jemand aufräumen. Ah, zoomen können wir leider nicht. Was steht da? Aufmerksamkeit erregen. Super, LB, zurück. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hier scheint keiner zu sein. Benutze die flexible Kamera, um unter Türen durchzusehen und auf der anderen Seite Ziele zu markieren. Okay, ja. Oh, das ist jetzt ein sehr guter Tipp. Dann wollen wir das mal machen. Warte mal, wo ist denn jetzt einer? Eins, zwei. Aber ich habe keinen Ausschalten. Wir können niemanden ausschalten. Ich habe, äh... Das ist jetzt schlecht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob noch jemand... Ja... Wir springen einfach mal drüber. Der war knapp. Da ist er. Was? Scheiße. Achso, der telefoniert oder redet er mit jemand anderem? Zwei haben wir jetzt markiert. Ich glaube, dass noch einer hier ist. Das sind die zwei Eierköppe. Aber ich will nicht direkt da durchgehen. So, ich versuche mich einfach mal hier durch. Da ist er. Oh, 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 oh. Der ist da hinten direkt. Da ist ja noch einer. Nein, nein, nein. Markier den. Oh. So, jetzt haben wir alle drei. Wenn das ja nur drei sind. Okay, mach mal hier mal nicht tödlich. Obwohl ich mir jetzt nicht so... Ganz sicher bin, ob das eine gute Idee ist. Aber ich probiere jetzt einfach aus. Da ist der andere. Andere ist da drüben gut. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Den holen wir uns. Da hinten stand der Verhörraum. Verhörraum wollte ich sagen. Nicht halten. Scheiße, scheiße, scheiße. Der andere, der andere. Scheiße. Die ganze Zeit... Oh, kacke, kacke. Das war keine gute Idee. Schnell weg hier, schnell weg hier. Ah, sie wissen nicht, dass... Oh, da ist ja noch einer. Warte mal, warte. Andere Waffe. Warten, warten, warten. Na, fabelhaft. Vier Stück. Scheiße. Komm, der... Warum? Der andere muss näher kommen. Oh, Mann, 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 Mann. Fünf. Fünf Männer. Okay, warte mal. Jetzt machen wir aber mal nicht tödlich. Ähm, tödlich. Ah, warte mal. Ich glaube, ein Geräuschmeter wäre jetzt echt nicht schlecht. Ha, ha, ha. Genial, das ist eine super Idee. Jetzt geht alle weg, ey. Ah, scheiße, 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 scheiße. So, weg. Weg, weg, weg. Kommt nachher. Oh. Der hat das mitgekriegt. Hat nichts mitgekriegt. Oh, nein. So, dann wollen wir die direkt ausschalten. Das sind zwei Stück noch. Wo ist der andere? Ah, ich glaube, da sind noch viel, viel, viel mehr. Warte mal. So, geht ihr jetzt schon mal darüber. So. Ablenken. Scheiße, die Gegner entgegensetzen. Warum geht ihr gerade in eine entgegengesetzte Richtung? Ja, ja, Köppe. Der andere ist da hinten. Zwei Stück noch. Wir müssen die Treppe rauf. So. Oh, da spritzt die Suppe. Cool, wir haben wieder einen ausschalten. La, 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 la. Den lassen wir einfach jetzt in Ruhe. Wenn sie sich in der Polizeistation eingerichtet haben, haben sie auch Computer. Wenn du einen findest, schließ dein Opset an und besorg uns Daten. Aha, okay. Blacklist Laptops. Wo sind denn die? Da ist ein Laptop. Was, blöder Penner? Wie redest denn du? Ach, zum Hacken halten? Tolle Wurst. Was? Ups? Ja, super. Kommen wir hier weiter? Ich sehe gerade zu viel. Ah, nee. Ja, da hat wieder jemand toll aufgeräumt. Ich glaube, wir kommen immer näher. Da vorne scheint was zu sein. Ach, red nicht. Okay, was machen die da? Sag mir, was du den Amis erzählt hast. Okay. Das scheint Henry Coben zu sein. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Gut, zum letzten Mal. Wieso ranntest du zu den Amerikanern? Ich hab dir doch schon gesagt, das hat nichts mit euch zu tun. Ich schwör's. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Sagst du also, dass wir zu unwichtig sind, um verraten zu werden? Ist das richtig? Nein, das sag ich überhaupt nicht. Nein, nein. Ich wollte sagen... Du redest zu viel. Ich dachte, ihr wollt, dass ich rede. Nicht denken. Ist nicht gut für dich. Okay. Okay. Fuck. Na gut, ich hab alles verraten. Ich habe Coben gefunden. Lebt er noch? Ja, noch. Dann wollen wir uns ihn mal holen. Warte mal. Eins. Zwei. Und los. Weg. Oh, scheiße. Halt die Klappe. Danke. Wer schickt dich? Die CIA? Das soll wohl ein verschissener Witz sein. Wenn du wegen der Sache in DC hier bist... Halt's Maul. Sam, was ist das? Nein, 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 nicht! Willst du mich retten? Ich will nur dein Wissen retten. Sitz. Sam, es gibt Ärger. Dein örtlicher Fanclub bewegt sich auf dich zu. Paket gesichert. Briggs, wie sieht's bei dir aus? Nähere mich mit dem Van. Der ist echt hier, um mich zu retten. Bewegung. Na los. Au! Vorwärts. Verdammt, jetzt haben wir... Hattet euch auf, Mann. Okay, Spezialwaffe. Wie, Spezialwaffe? Warte mal, warte mal. So, Spezialwaffe ist jetzt nicht hier unten, oder? Vollautomatisch, super. Dann nehmen wir unsere Betäubungswaffe einfach. Oh, kacke, ey. Schulter wechseln. Ah, perfekt. Das hätte ich gerne mal vorher gewusst. So, na, oh. Ah, wir haben diesmal unendlich Schuss für das Teil. Das ist sehr gut. Dennis Nummer zwei. So, schön leise. Verstärkung, falls entdeckt. Okay. Das ist hier... Das ist gut. Jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Aber ich glaube, das habe ich schon verdammt oft gesagt, dass es gut ist. Dass irgendwas überhaupt gut ist. Wo ist er? Da. So, voll in den Hintern. Den auch. Haha. Super. So, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. So, lass einen Witz dann. Ich habe nicht mal Schuhe an. Bewegung. Ah, ah, ah. Das passt schon. Was zum Henker hat fest. Was, wieso? Tu es. Oh, 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 oh. Heilige Scheiße. Brakes, wir kommen jetzt zu dir. Geschafft. Cool. Ghost, Panther, Assault. Bleibe unentdeckt und verwende nicht tödliche Techniken. Okay, mit dem Ghost-Stil erhältst du die meisten Punkte. Und, äh, das hätte ich gerne mal vorher gewusst. Panther, laure Gegnern auf und töte sie, während du entdeckt bleibst. Unentdeckt. Oh, hör, was mache ich denn hier? Verwende tödliche Nahkampfe, Eliminierung und Waffen mit Schalldämpfern. Stelle dich Gegnern im offenen Kampf. Verwende ungedämpfte Waffen und Explosiv-Ausrüstung. Okay, ja, das ist eher weniger. Machen wir eher weniger. Ungestört. Und, äh, okay. Ghost-Gesamt, 2800. Ja. Plus Effizienz. Oh. So, der Panther. Da waren wir ein bisschen aktiver, würde ich sagen. Oder? Nee, meine ich nur. 1200. 3000. Oh, guck mal. Wir waren als Ghost ein bisschen besser. Ah, jetzt kriegen wir noch Assault. Ja, da war ich ja auch wieder mal. Sehr gut. Aber das finde ich echt cool mit den Punkten. 950. Kriegen wir noch Effizienz? Was? Oh, 100. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Das lassen wir lieber sein. So, Bonus. 47. Oh, 47 Minuten habe ich gebraucht. Okay. Versteckte Körper ein. Ah, desto mehr Körper wir verstecken, desto mehr... Oh, das ist gut zu wissen. Versteckte Wege gefunden. Drei. Oh, cool. So, Ergebnis. Ghost 3700... Ach, wir haben so viel... Wow. Gesamte Punkte. Cool. Dann wollen wir mal weitermachen. Jetzt haben wir endlich diesen Eierkopf. Verdammt, ist das wirklich nötig? Rede. Okay. Vor etwa sechs Wochen hat sich ein Kunde gemeldet. Er wollte Handfeuerwaffen, Katushas, verdammte Raketenwerfer, alles halt. Er war bereit, eine Menge zu zahlen. Ordentlich. Es war ein gutes Geschäft. So gut. Du warst der Waffenlieferant für Blacklist Zero? Ich belieferte eine ganze Menge Leute, okay? Und für gewöhnlich sprengen die auch keine US-Basen. Wer war's? Alles, was ich weiß, ist, dass sie über den Angriff auf die Wiener Botschaft gesprochen haben. Als wären sie stolz drauf. Hunderte Unschuldige starben bei dieser Attacke. Scheiße, genau das meine ich ja. Dieser Kerl ist ein Monster, ein verkackter Irre, okay? Und dem ist alles scheißegal. Autsch. Stressige Woche. Hab ich recht. Der Alte hier. Au. Was? Verdammt, wer ist der Clown? Du hast dich gestellt, um dich zu schützen. Damit ihr Idioten mich nicht wegen Guam umlegt. Briggs, sei so nett und verstau unsere neue Ladung. Mit Vergnügen. Was meinst du damit? Brim, versuch mit Charlie so viel wie möglich über Kobins geheimnisvollen Kunden rauszubekommen. Wir werden auf die Jagd gehen. Cool. Okay, versteckt abgeschlossen. Äh, versteckt. Ja, doch. Hab ich doch gesagt. Blacklist-Angriff auf Amerikas Konsum. Einen Tag und zehn Stunden haben wir noch. Oh, oh, oh. Mit Grimm sprechen. Okay, ja. Um Upgrades auszuführen. Äh, ich glaube, wir machen in der nächsten Folge, wir machen jetzt mal eine Pause. In der nächsten Folge machen wir dann die Grimm-Mission. Äh, irgendwo in England oder so war das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht auf einer Bohrinsel. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hab ich das vor zu machen. Und, äh, mal gucken, wie lange das dauert. Und danach machen wir dann direkt die Mission weiter. Ich benötige mich recht jetzt für's Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Und, äh, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen!